Hallo, Hallöchen meine lieben Leute, meine lieben Abonnenten und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf dem Kanal des Laser Kings. Ich erkläre euch heute, wie ihr euer Handy bereinigen könnt. Dazu wischt ihr einfach auf euren freien Bildschirm, wir machen einen neuen Bildschirm, klickt ihr da drauf und dann bleibt ihr lang auf dem Bildschirm drauf. Dann seht ihr hier unten, ich kreise es euch mal ein, den Punkt Widgets. Wenn ihr da drauf klickt, findet ihr hier so alle möglichen Widgets. Und dann haben wir hier bei Gerätewartung, das sollte bei euch auch irgendwo sein, vielleicht auch weiter unten, Gerätewartung, wenn ihr da klickt, könnt ihr das nach unten ziehen. Dann seht ihr hier Optimierung und Speicherplatz und Optimierung. Das könnt ihr beides mal hinzufügen, indem ihr einmal drauf klickt und dann wieder hinzufügen. Das können wir jetzt nach drüben schieben, indem ihr lang darauf bleibt. Also quasi so und Widgets. Dann gehen wir wieder auf Gerätewartung und klicken hier auf hinzufügen. Dann habt ihr das drauf. Dann könnt ihr hier oben einmal drauf klicken, dann optimiert ihr euer Smartphone und hier unten ploppt eine Nachricht auf 771 MB Speicher freigegeben. Ihr habt hier links euren Speicher, euren Arbeitsspeicher und wenn ihr da einmal drauf klickt, könnt ihr das Ganze öffnen. Ja, alles großartig so. Jetzt seht ihr hier, könnt ihr es auch nochmal bereinigen. Dann wird halt der Arbeitsspeicher und so optimiert. Und hier auf eurem Speicher findet ihr halt auch eure ganzen Sachen. Hier zum Beispiel euren Speicher, da könnt ihr halt eure ganzen großen Dateien wegschieben und dann auch alles optimieren. Genau. Ja, das war's an dieser Stelle von meinem Erklärvideo. Like, Abo und die Glocke aktivieren und ciao.